Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder jede Menge kurze Schnipsel mitgebracht. Das heißt, ganz viele kurze Anrufe, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben, aber doch ziemlich unterhaltsam und sehr aufschlussreich sind, was wir da eigentlich so genau für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video und den vielen kleinen einzelnen Telefonaten. Hallo? Kannst du mich hören? Ganz schlecht, immer noch. Nee, da ist nichts besser. Da ist einfach nur laute Musik im Hintergrund. Das tut mir leid, ich habe hier viele Kollegen, das legen es ein bisschen lauter ab. Ja, aber die Musik stört. Aber ich denke mal nicht mehr, oder? Doch. Weil ich was geändert. Ja, das ist ja egal. Die Musik ist immer noch lauter als die Stimme. Die Musik ist lauter als? Ja, als die Stimme. Als die Stimme. Okay, Sie haben mich auf Lautsprecher gesetzt, oder? Ja. Okay, ich kann mich hören, also Sie können auch mich verstehen. Ich kann uns weiterbuchstabieren. Ja, aber nur ganz schlecht. Und da habe ich keinen Bock drauf. Okay, ich werde, wann hast du heute noch Zeit? Ja, eigentlich gar nicht mehr. Schade. Ich habe zwar nicht verstanden, was er ganz zum Schluss gesagt hat, aber naja, ihr habt es ja gehört. Die Stimme hier, die war eigentlich von ihm, also von dem netten Betrüger hier, gar nicht so wirklich zu hören. Letztendlich ist es ja alles wieder rausretuschiert mit der Musik, dass man nicht ganz so viel Musik aus dem Hintergrund, also von dem Krach so mitbekommt, aber es war einfach nur furchtbar, hier dem zuzuhören. Und dementsprechend, tja, haben wir das Gespräch hier erstmal sein lassen. Denn grundsätzlich ist mit der Musik ja immer so ein Problem auf YouTube, dass ich versuche, solche Gespräche entweder so in die Richtung zu lenken, dass sie die Musik ausschalten oder, naja, man lässt es halt, bevor wir hier letztendlich eine Urheberrechtsbeschwerde auf den Videos haben. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, ich spreche gerade mit Herrn Ablazen. Ja. Perfekt, ich habe ein paar Arzt zu haben. Mein Name ist Justin Garnett, ich habe Sie angerufen beim Bitcoin-System und ich habe Sie, Sie haben eine Meldung bei unserer Kompanie gemacht, deswegen, melde ich mich bei Ihnen. Hören Sie? Ja, ja. Also, haben Sie Erfahrung mit Investitionen in die Börse? Nö. Hören Sie nicht. Wissen Sie, wie kann man Geld da drauf gewinnen? Wie meinen Sie das? Da kann man investieren und Geld gewinnen, also beim Bitcoin, in Star-Chain, Kryptowährungen, in Feuerwerk. Mhm. Mit einer kleinen Investition können Sie da arbeiten und Geld gewinnen. In der Diskothek. Wie bitte? In einer Diskothek oder was? Nein, nein, keine Diskothek. Aber nach der Reichskulisse bei Ihnen zu urteilen, scheint es ja eine Diskothek zu sein. Also, das ist Investitionen in die Börse. Investitionen in die Börse, Sie können einen Account erstellen, online aktiv machen. Und mit diesem Online-Banking kann man auch in Investing arbeiten. Also, in Bitcoins können Sie investieren und kaufen und verkaufen und können Sie Geld gewinnen. Ja, und dann hat uns der Betrüger einfach verlassen. Keine Ahnung, warum er hier aufgelegt hat, um das Gespräch zu beenden. Tja, wahrscheinlich war ich ihm wieder nicht seriös genug. Und er hat schon dem Braten gerochen, dass das hier wohl kein Verkaufsgespräch wird. Ich weiß es nicht. Einfach nur immer wieder unterirdisch mit diesen Betrügern. Die rufen aus einer halben Diskothek an, haben eine Partystimmung im Hintergrund und, naja, wollen von euch nebenbei ein bisschen Geld ergaunern. So läuft es halt bei den Betrügern. Hallo, guten Tag. Mhm. Ich will Sie gerade mit Herrn Knuspring. Knusprig, knusprig. Knusprig, knusprig. Schön, Sie haben Apparat zu haben, Herr. Maita Rammel spricht hier. Wie geht es Ihnen? Mhm. Sind Sie gut? Was? Freut mich, freut mich. Es tut mir leid, das ist für die Störung, Herr. Aber der Grund, dass ich Ihnen angerufen habe, ist, dass ich möchte gerne mit Ihnen ein paar Informationen über meine Firma mitzuteilen. Sie haben schon ein Interesse gezeigt, damit Sie können mehr Informationen um Trading wissen. Erinnern Sie sich? Hallo? Ja. Erinnern Sie sich daran? Nee. Okay. Und wenn ich Ihnen fragen darf, haben Sie schon Erfahrung früher gehabt? Nee. Okay, aber was hat Ihnen gefehlt, dass Sie haben diese Anmeldung gemacht? Mir hat nichts gefehlt. Aber warum haben Sie das mit dem Gemeinde an, wenn Sie sich hier vertabeln? Was? Also mal davon abgesehen, dass man die hier wieder so gut wie überhaupt nicht verstanden hat. Ich weiß nicht, was ich im Mund hatte, aber irgendwas wird es wohl gewesen sein. Denn letztendlich verständlich und naja, man weiß gar nicht, was die von einem wollen. Die rufen an und wollen sofort die Kohle haben. Naja, aber ist ja auch nichts anderes zu erwarten bei den Betrügern. Dann einfach nur Wahnsinn. Hallo? Hallo? Ja? Guten Tag, ich heiße George. Ich hoffe, Sie haben automatisiertes Bitcoin-System. Wie geht es dir heute? Die Verbindung ist ganz schlecht. Sie haben ein anderes Kontrolle auf dem. Bei unserem automatisiertes Bitcoin-System. Ja? Ich verstehe kaum was. Schönen Tag, doch. Naja, immerhin hat er ja gesagt, schönen Tag noch. Aber hier hatten wir tatsächlich wieder einen von denen dran, die man einfach nicht versteht, weil die Qualität der Leitungen einfach, ja, weiß ich nicht, was die damit jedes Mal machen. Und, naja, es war im Hintergrund einfach nur wieder unfassbar furchtbar laut. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Hallo, wunderschönen guten Tag. Sprechen wir mit Herrn Steiner. Mhm. Wunderbar, da ist Emma Berg aus Greenline. Ich rufe an wegen Ihrer Handels-Account. Aha. Sie haben sich registriert. Einen Sie sich? Nö. Okay, Ihre Daten sind vollständig registriert für Handel mit verschiedenen Finanzprodukten. Wollen Sie das benutzen? Was habe ich davon? Ja, Sie haben doch registriert. Sie haben doch Interesse gezeigt. Wann denn? Entschuldigung, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sehe nicht alle Ihre Info. Mhm. Ich habe kein Erlaubnis. Also, Sie haben sich registriert. Sie haben Interesse gezeigt. Wollen Sie benutzen diese Handels-Account? Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Es ist eine Handelsplattform, wo Sie können handeln mit verschiedenen Finanzprodukten. Aha, und was macht man da? Handeln. Online-Trading. Mhm. Da kenne ich mich nicht mit aus. Okay, wofür haben Sie sich dann registriert? Das weiß ich ja nicht. Okay, dann gucken Sie das nochmal an. Ich würde Sie nochmal später anrufen. Vielen Dank. Wo soll ich denn gucken? Ja, und hier haben wir wieder den wunderbaren Beweis, dass das keine seriöse Firma gewesen sein kann. Denn jede normale seriöse Firma hätte wohl nicht einfach so aufgelegt. Ich meine, sie hat es freundlich gemacht. Ach, das ist schon mal ein großer Unterschied zu den meisten anderen Betrügern, aber unterm Strich. Naja, was haben wir denn jetzt davon gehabt? Weil letztendlich, sie hat einfach aufgelegt und meinte, ich soll in der E-Mail nachgucken. Vielleicht wäre es aber auch schon irgendwo wenigstens teils sinnvoll, ja, auch zu sagen, wo ich das finde, wie ich es finde, wann sie es geschickt hat und was da drin steht. Denn woher soll ich denn jetzt bitteschön noch wissen, ja, worum es da eigentlich ging bei denen? Naja, worum es ging, ist ja letztendlich klar. Weil sie 250, 500 oder 1000 Euro von euch erbeuten wollten. Mehr Sinn machen ja die Anrufe grundsätzlich nicht aus den Call-Centern, wenn die an der Leitung sind. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Ich heiße Jack. Und ich hoffe, Sie vom Automobilier-Sitcoin-Decamp. Wie geht es mir heute? Ich verstehe kein Wort. Sitcoin-Decamp. Hallo. Hallo. Ja, und das war wieder so eine kurze Nummer, wo der Typ gleich aufgelegt hat. Tja, aber, ja, weiß ich nicht, was die da jedes Mal mit ihrer Telefonanlage machen. Das haben wir hier tatsächlich ziemlich oft in letzter Zeit, dass die Betrüger einen gar nicht mehr hören oder nicht hören wollen. Ich weiß es nicht genau. Das, äh, ja, kann natürlich auch immer sein, ne? Dass die irgendwann dann schon an meiner Stimme hören, wer ich da bin und, naja, dann legen sie halt einfach auf unter irgendeinem Vorwand. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja. Zu leise. Hallo? Ja? Ja, jetzt. Äh, sprech mit Herr Knusfried. Ja, was spricht er? Äh, hat er wohl irgendwie keine Lust mehr gehabt, weiterzumachen, denn hier an dieser Stelle war das Gespräch dann schon wieder zu Ende. Tja. Ach, solcher. Irgendwie sind die in letzter Zeit oftmals ziemlich schnell weg. Natürlich habe ich auch längere Gespräche. Das sind dann mal eher wieder die neuen Callcenter, die mittlerweile frisch aufgemacht haben. Die alten Callcenter, also die, die man schon kennt, die, naja, die merken es halt, wenn sie dran haben, ne? Aber ist ja auch verständlich irgendwann. Hallo, Herr Schoen? Das ist mein Vorname. Hallo? Ja. Herr Schoen? Hören Sie mich? Herr Steinfeger heißt das. Sprechen Sie Deutsch, Herr Schoen? Ja, ich schon. Was möchten Sie denn? Super, Herr Schoen. Ich melde mich bei Ihnen, Herr Schoen, in diesem Moment, weil Sie haben ja registriert, um mehr Informationen über Handel zu bekommen. Können Sie bei mir zu sprechen, Herr Schoen? Das heißt nicht, Herr Schoen, das ist mein Vorname. Mit wen spreche ich in diesem Fall? Herr Steinfeger, es steht dort sicherlich bei Ihnen. Da steht ja nicht nur mein Vorname. Wie heißen Sie in diesem Fall? Ja, so wie immer. Nicht wie in diesem Fall. Ich heiße immer gleich. Also ich sehe das in diesem Moment, okay, auf meinem PC, ich sehe schon, schon. Ne. Das deshalb. Ne. Also mit wem spreche ich in diesem Moment? Ja, wenn Sie nicht wissen, mit wem Sie sprechen möchten, dann hat Sie es ja erledigt. Okay, okay. Schönen Tag noch. Ich glaube, das war der gleiche Typ von vorher und ich glaube, da muss man auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, denn naja, schon Wahnsinn. Dem Anschein nach, er meinte, es steht im System Herr Schoen, Schoen, ja, ist aber nicht der Fall. Wenn da Schoen, Schoen stand, dann ist es wohl einfach ein Fehler von deren System. Aber gut, könnte vielleicht auch wieder daran liegen, da deren Webseiten ja ultra billig und nicht schlecht programmiert sind. Und da kann das schon mal vorkommen, dass man da irgendwo eine Tabelle falsch hat, dass der Name halt eben auch falsch übertragen wird. Wundert mich zumindest nicht bei den Betrügern und bei der Qualität, die man da grundsätzlich bei deren Schrägstrich Kundenservice in Klammern und Sternchen, ja, was man da halt so bekommt. Braucht man sich eigentlich auch nicht wundern. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Hallo, guten Tag, Herr Scheinzeuger. Ich bin Christian Müller aus Qualitätsabteilung von DNCA Investmentfirma. Ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Krieg? Hä, Sie rufen mich an und... Nee, also das ist... Nee, komisch. Ah ah. Was ist komisch? Ihr Anruf. Ja, damit war ich tatsächlich in dem Moment, ich meine, man hat es, glaube ich, noch gehört, da war ich ja noch so halb verschlafen, da war ich tatsächlich auch ein bisschen überfordert. Die ruft an, ja, labert einfach da ihren Text runter, will sofort irgendwelche Sachen wissen. Man muss sich eigentlich nur mal in die Lage versetzen von Menschen, die jetzt wirklich gerade angerufen werden und gar nicht wissen, worum es gleich geht. Wenn ich hier schon, ja, gleich von Anfang an irgendwie überfordert bin mit dem, was sie von mir wollte, weil das hat ja gar keinen Sinn ergeben. Und die ruft an, labert da ihren Quatsch runter, will meinen Namen wissen und, ja, fängt direkt an, irgendwelche sinnfreien Fragen zu stellen, die ja nun wirklich nicht jeder beantworten kann. Wenn das so bei denen funktioniert, ich finde es einfach nur, ja, einfach nur noch Wahnsinn. Das Problem ist, man muss sich ja auch immer vorstellen, die Menschen, die sind auch überrumpelt, wenn die ans Telefon gehen. Da rechnet ja keiner mit, dass man da so einen Anruf bekommt von irgendeiner angeblichen Trading-Geschichte. Ja, nur kann es dann schon sein, dass man da, tja, aus Überforderung halt eben auch am Telefon bleibt. Naja. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Steinfeger. Hallo? Ja. Guten Tag, Herr Steinfeger. Hier spricht Hannah Weber von Qualitätsabstandung von Jens, die Firma. Herr Steinfeger, ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Nee. Also, Sie haben in unserer Firma Registrierung gemacht, deshalb rufe ich Sie an, um zu wissen, ob Sie zusammenarbeiten möchten und, also Sie haben ein Handelskonto bei uns für Ihre Registrierung. Also, es geht um Handel und ich möchte wissen, ob Sie weitermachen möchten, zusammenarbeiten möchten oder nicht? Nee. Okay, Herr Steinfeger. Hallo? Ja. Ja, okay, kein Problem, Herr Steinfeger. Trotzdem, Sie haben ein Konto bei uns, wo wir haben Bonusgeld gestellt. Und, ja, wenn Sie möchten weitermachen, Sie können auch dieses Bonusgeld bekommen und benutzen. Ja, nee. Okay, aber was machen wir? Nix. Okay, tschüss. Genau, dann haut sie wieder ab. Aber was hier tatsächlich sehr, sehr mysteriös war, dass die sich hier tatsächlich noch freundlich verabschiedet hat. In der Regel, man hört es ja immer wieder in den anderen Videos oder auch in den anderen Schnipseln, entweder legen die einfach auf oder beleidigen einfach. Dass sie sich hier noch verabschiedet, ist in der Tat tatsächlich schon quasi mal was ganz Neues. Naja, aber muss ja auch mal sein. Gibt ja nicht nur unhöfliche Betrüger. Ja, hallo? Denise Müller spricht am Apparat, weil du mich im Namen des Vermittlers AlphaPro-Partners hast. Herr Steiner? Herr Steiner? Ja, was denn? Super. Ich melde mich bei Ihnen telefonisch auf Kontinformationen über uns und unsere Beratung. Herr Steiner, wir vermitteln für Sie autorisiert in der internationalen Börse. Sind Sie daran interessiert? Oder? Nö. Okay, schlafen Sie weiter dann. Sie bitte hören. Ja, sehr höflich und freundlich. Schlafen Sie weiter. So kann man sich das natürlich vorstellen, wenn man von der Bank angerufen wird, nicht wahr? Einfach nur verrückt. Ich weiß nicht, was Sie sich jedes Mal dabei vorstellen, aber einen guten Eindruck hinterlassen die auf jeden Fall so nicht. Also zumindest, wenn die so zu einem am Telefon sind. Weiß ich nicht, was das letztendlich bei den Unternehmen bringen soll. Im Grunde genommen verbrennt man damit ja nur die Erde, wenn man letztendlich zu allen anderen, die nicht bei einem Geld einzahlen, unfreundlich ist. Denn, naja, sollte man da nochmal anrufen, ist die Chance auf jeden Fall vertan, dass man da noch einen Opfer findet. Aber ist vom Prinzip her natürlich auf jeden Fall gut, dass die Betrüger sich auch entsprechend benehmen und die Kunden behandeln. Ja, als wären sie nichts wert. Das ist hier in der Tat sehr, sehr gut. Denn, naja, nur so ändern die sich auf jeden Fall selbst an der Arbeit. Und ich hoffe, dass die Umsätze wenigstens dadurch geschmälert werden. Leider sagen die Statistiken ja grundsätzlich was anderes. Naja, aber das hier ist zumindest schon mal besser als nichts, wenn sie selber ihre Arbeit eigentlich kaputt machen. Hallo, und da steht hier mit Herrn Speinefeger. Wie bitte? Herr Speinefeger, bitte? Ja, aber Sie müssen das Mikrofon vom Mund ein Stück wegmachen. Ah, okay. Jetzt ist es besser? Naja, geht so. Okay. So, am Apparat ist Michaela Koch und in Erdemisch von Bitcoin, von Kryptowährungen. Mhm. Ja, alle, Sie können schon gesehen, Sie haben eine Registration hier bei uns gemacht. Ist das richtig? Kann sein, ja. Okay, super. Sagen Sie mir, haben Sie alle diese notwendigen Informationen gelesen oder brauchen Sie mehr? Mhm. Hm? Hallo? Was? Haben Sie alle diese notwendigen Informationen gelesen? Haben Sie von uns gelesen oder brauchen Sie von mehr? Hm. Ich habe alles gelesen. Alles gelesen. Okay. Äh, Sie sind vor dem, äh, das Minimalpreis, das Sie von der Stadt bestellen können? Aha. Und? Ja. Was ist der Minimal? Was ist der Minimalpreis? Was ist der Minimalpreis? Was? Was ist der Minimalpreis? Na, 250 Euro. Ja, ganz genau. Okay, und jetzt, haben Sie Interesse, wollen Sie Ihren Handelskontos aktivieren, oder? Wie bitte? Haben Sie Interesse, wollen Sie Ihren Handelskontos aktivieren? Nee. Nee, warum nicht? Und warum haben Sie alle diese Daten eingegeben hier? Aha. Mhm. Also Sie meinen, an der Unterscheidung wollen Sie nicht mehr auf den Ort fahren, oder? Nee. Warum nicht? Was passiert? Ja, fand ich... Was handelt Ihnen Meinung? Fand ich nicht seriös. Wir sind nicht seriös. Fand ich nicht seriös. Aha. Okay. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schönen Tag noch. Alles Wohle. Ja, ich meine, war ein komisches Gespräch, aber letztendlich unterm Strich muss es ja genauso laufen. Man verabschiedet sich mehr oder weniger. Naja, es hat sie ja so fast gelassen, aber ist ja auch egal. Letztendlich hat sie sich noch nett aus dem Staub gemacht. Und fängt nicht noch an zu beleidigen oder die Kunden irgendwie zu belästigen. Das ist ja auch in letzter Zeit ziemlich oft gewesen, dass die dann, ja, entweder einfach gleich auflegen oder halt einfach nicht mehr so nett sind, wie es sich eigentlich gehört. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Ja. Hallo. Ja. Schönen guten Tag. Ich bin Sebastian. Sie heißen Sebastian. Also, Emilia Hart ist mein Name. Ich rufe Sie vom BPM Prime bei Benetit. Okay. Und wen wollen Sie sprechen? Wie bitte? Wen wollen Sie sprechen? Sebastian. Einen Herrn Sebastian haben wir hier nicht. Wie bitte? Einen Herrn Sebastian haben wir hier nicht. Okay, tschüss. Tja, so ist das halt, wenn die Betrüger irgendwie den Nachnamen nicht lesen können. Habe ich euch ja auch schon öfters gesagt. Oftmals ist es so, dass sie den Nachnamen entweder, naja, da stand halt Lümmeltütchen, dass sie den Herrn Lümmeltütchen nicht vorlesen wollten, wobei ich mir jetzt hier fast vorstellen kann, dass sie das sowieso nicht begriffen hat. Ja, aber oftmals geht es eigentlich nur darum, dass sie den Nachnamen nicht sagen wollen, weil er zu kompliziert ist. Nachnamen sprechen sich in der Regel ein bisschen schwieriger als der Vorname. Der Vorname ist in der Regel einfach, wenn es ein deutscher Vorname ist. Und das ist halt der Grund, warum die Betrüger dann halt einfach den Namen ganz weglassen. Also den Nachnamen zumindest. Ja, so habe ich zumindest das Gefühl. Weil anders kann ich mir das überhaupt nicht mehr erklären, warum die jedes Mal anrufen und den Vornamen benutzen. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Teller. Was denn? Hallo, können Sie mich hören? Ja. Schön, Sie haben einen Prats, Herr Teller, mein Name, und ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma. Eine Lageberatungsfirma? Ja, das Marke, sind Sie bekannt? Wie ist denn die Lage? Wissen Sie, was für Landmark ist? Ja, von welcher Firma aus rufen Sie denn an? Trading Akademie Hauptfirma. Aha, und wie ist da die Lage? Ich dachte, Sie machen Lageberichte. Hallo. Mäuschen. Ja, interessant. Und dann hat sich die nette Dame wohl irgendwie von Anfang an selbst ausgehebelt. Also mal ganz im Ernst. Wer ruft dann an und sagt, ich rufe von Lageberatungsfirma an? Ähm, ja. Und nur weil ich jetzt gefragt habe, ja, wie ist denn die Lage da in eurer Beratungsfirma, dann, ja, kriegt man keine Antwort mehr. Das Lustige hier ist, man hat irgendwie gehört, dass sie ihren Hörer weggelegt hat. Seit wann telefonieren Callcenter mit einem Hörer am Ohr? Ja, das ist mir auch neu. Aber, naja, ich sage mal so, man braucht sich hier bei denen auf jeden Fall über nichts mehr wundern. Denn am Ende ist das alles nur noch komisch in diesen Callcentern. Aber gut, wenn die so der Meinung sind, dass sie ihr Geld verdienen oder nicht bekommen wollen, na, dann ist es halt so. Tja, so hat sie sich das Gespräch auf jeden Fall wieder selbst ausgehebelt und dadurch eben auch selbst beendet. Und das Gute ist, hier in dem Fall wurden wir nicht betrogen. Also, auf jeden Fall, ja, ist das wieder ein Indiz dafür, dass es hoffentlich viele Menschen gibt, die sich so automatisch selbst schützen. Nur weil sie einfach das Falsche gefragt haben. Aber, naja, das Problem ist halt, die meisten, die wissen halt auch nicht, wenn das Telefon klingelt, was da gleich für einen Anruf kommt. Ja, und dann wundert man sich erstmal. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnippelchen. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit der Herr Schey. Ja. Ich grüße Sie. Ich bin Thomas. Thomas Andersson. Ich rufe Sie jetzt gerade von Invest in Academy, von der Firma Velocity Trader. Wir sind eine Online-Trading-Plattform. Beschätzen Sie sich mit Online-Handeln? Nee. Wie bitte? Nee. Beschätzen Sie mich, ja? Ja. Ach so, haben Sie kein Erfahrung mit Online-Handeln, ja? Nee. Wieso? Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber Interesse gezeigt haben Sie auch? Ja. Wenn Sie möchten, wenn Sie fragen, wo sind Sie interessiert, in welchen Finanzmarkt? Gar keinen. Wie bitte? Gar keinen. In Kranken? Gar keinen. Machen Sie Spaß? Nee. Ja? Nee. Schönen Tag, so. Aha. Okay. Tja. Da haben wir auch wieder ganz eindeutig einen Anruf gehabt, mit dem man irgendwie nix anfangen kann. Denn was sollte der jetzt eigentlich hier so genau am Telefon? Ja, außer seinen komischen Quatsch loswerden und irgendeinen Blödsinn erzählen. Naja. Aber so ging das Gespräch auf jeden Fall wieder schön schnell zu Ende. Ja? Ja, hallo, schönen Tag. Thomas Anders auf dem Telefon. Spricht Gustav? Das ist mein Vorname. Gustav Brentoth, ja? Brentoth ist mein Nachname, richtig. Ja, genau. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie jetzt gerade von Invest in Akademie von Bitcoin System. Wie ist Ihre informative Seite, informative Büro, wo Sie informieren und sprechen über Online-Market, über Möglichkeit, was haben Sie mit Trading, was, äh, versteht Sie mich, was ich meine? Ja. Wenn ich fragen darf, Herr Gustav, beschäftigen Sie sich mit Online-Handeln? Haben Sie schon mal eine Frau mit Trading? Ja, habe ich mir schon mal angeguckt, ja. Und, äh, und von was haben Sie Interesse? Wie meinen Sie die Frage? Wo sind Sie interessiert? Ja. Wo sind Sie interessiert, bitte? Ja, wie meinen Sie die Frage? Und dann hat er uns einfach wieder verlassen. Tja, warum das jetzt hier wieder so schnell zu Ende war, weiß ich auch nicht. Aber unterm Strich, ja, auch wieder eines von den guten Telefonaten, wo die Betrüger sich irgendwie, ja, selbst das Brett absägen, auf dem sie sitzen und, ja, dadurch halt eben nichts verkaufen und eigentlich im Grunde genommen eben auch einen Datensatz verschenken. Ja, das ist auf jeden Fall immer am besten, wenn die ihre Datensätze selbst zerschreddern und, ja, den Kunden dann in Ruhe lassen. Ja, und einfach auflegen. Aber man kennt es ja nicht anders, ne? Irgendwie sind die, weiß ich nicht, alle nicht auf der Höhe. Aber gut, umso besser. Hallo. Ja. Guten Tag, ich bin Markus Keick, ich spreche gerade mit dem Herr Woltmore. Ja. Also, ich habe Ihnen angerufen wegen Ihrer Anmeldung, was Sie gemacht haben bei Amazon. Und ich bin hier Ihnen zu helfen, das Konto zu aktivieren. Bei Amazon ist mein Konto bereits aktiv. Wann haben Sie aktiviert? Ich habe vorhin erst was gekauft. Neue Schlüpper habe ich bestellt. Wie bitte? Ich sagte, ich habe vorhin erst was gekauft. Wann? Ja, vorhin habe ich erst neue Schlüpper bestellt. Also, hier steht, Sie haben auch eine Anmeldung gemacht über Investitionen online bei Amazon, deswegen. Ja, habe ich ja gesagt, ich habe ja vorhin schon investiert bei Amazon, habe ich ja schon was gekauft, was Neues. Aber hier steht leer, deswegen. Ja, dann ist es kaputt da bei euch. Okay, darf ich Ihnen fragen, benutzen Sie Computer, damit wir das Konto schauen zusammen? Ne, ich lasse Sie doch nicht auf mein Amazon Konto gucken. Warum nicht? Ja, das geht Sie doch nichts an. Also, sowieso ist es unsere Seite, Herr Woltmore. Ne, Amazon gehört Ihnen nicht. Wie gehört uns nicht? Ja, gehört Ihnen nicht. Also, ich möchte Ihnen, wie ich habe Ihnen gesagt, informieren über Ihren Konto. Ja, da habe ich alle Informationen hier, ich sehe die hier auf einen Blick. Was sehen Sie gerade? Hier mein Konto von Amazon. Ja, was sehen Sie gerade? Das geht sich doch nichts an, ich muss Ihnen doch nicht meine Kontoinformationen von Amazon preisgeben. Also, ich habe Ihnen gesagt, es geht über Ihren Konto und wir müssen das zusammen schauen. Ne. Also, Sie können auch Ihren Kapital verlieren, Herr, deswegen. Ne, kann ich nicht. Deswegen sage ich Ihnen. Ja, aber kann ich nicht verlieren. Okay, es ist Ihr Entscheidungsmoment. Ja, genau, so sieht es aus. Ciao. Also, wie immer, der absolute Wahnsinn. Was will der jetzt hier mit Amazon erzählen? Also, ich sage mal, wenn man logisch denken kann, ja, dann geht es um irgendwelche Amazon-Aktien. Aber das hat ja absolut überhaupt gar nichts mit Amazon zu tun. Man kann ja Amazon-Aktien auch unabhängig von Amazon kaufen und braucht sich nicht dazu bei Amazon einloggen. Und dass das, der hier angerufen hat, auch wieder der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig gewesen sein muss. Ich glaube, das erübrigt sich auch von selbst, denn er hat ja gar nicht zugehört. Ich meine, wenn der auch nur im Ansatz ein kleines bisschen zugehört hätte, was ich da so wieder von mir gebe, ne, also Stichwort Schlüpfer kaufen, dann weiß ich wirklich nicht, was der eigentlich ganz genau da von mir wollte. Denn letztendlich ging es um irgendwelche Amazon-Aktien, aber irgendwie ja dann doch um mein Amazon-Konto und, ja, weißt du, was hat mein Amazon-Konto mit irgendwelchen fremden Leuten, die da einfach anrufen zu tun? Die haben da gar keinen Zugriff drauf und die haben da auch nichts dran zu suchen. Aber gut, das Schlimme ist, dass sowas halt leider wohl irgendwie immer funktioniert. Ja, bitte. Transit am Apparat. Wer ist da dran? Transit, Transit. Was? Das kann sie ganz schwer verstehen. Du konntest hier öffnen, Transit am Apparat. Hallo? Ja, also ich denke mal, das fällt wohl definitiv wieder in die Kategorie Spaß-Anruf von den Betrügern. Also, dass die ihre Zeit selber verplempern auf, ja, während der Arbeitszeit oder was auch immer das da genau werden soll. Ich weiß es nicht. Mich wundert es auch immer wieder, dass die Chefs in den Gold sind dann überhaupt sowas zulassen. Dass man da so eine blödsinnigen Gespräche irgendwie überhaupt führen darf. Denn letztendlich macht es das Ganze ja nicht seriöser, sondern eigentlich nur viel unseriöser und man glaubt immer weniger an den Blödsinn, den sie da eigentlich erzählen. Und spätestens, wenn man die dran hatte und das Gespräch ist zu Ende und die hinterher, ja, und da kommt sowas bei raus, dann, ja, da bleibt doch kein Vertrauen zurück. Aber gut, wollen wir uns auch nicht drüber beschweren, dass die Betrüger schlecht in ihrem, ja, Thema sind, was sie auch machen. Ich denke, es ist schon ganz gut, dass die solche Leute da einstellen. Dann ist die Gefahr auf jeden Fall deutlich weniger, dass sie die Menschen bescheißen. Naja. Ja, morgen ist es soweit. Morgen ist der erste Tag, an dem tatsächlich mal kein Video kommt. Morgen ist Dienstag, heute haben wir Montag. Das heißt, am Mittwoch kommt das nächste Video raus. Donnerstag ist wieder eine kleine Pause und dann geht's Freitag wieder weiter. Am Samstag hört ihr dann wieder das Hörspiel, ganz gewohnt, nur eben wieder die Zusammenfassung von der Woche, die dann, naja, ein kleines Stückchen kürzer ist als sonst. Und am Sonntag gibt's wie immer ein Informationsvideo. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.